Fotofachbegriffe, kurz und knackig erklärt. Heute geht es um A wie Arbeitsblende. Die Arbeitsblende, dieser Begriff wird oft gebraucht in der Studiophotografie, ist halt die Blende, die ich fest einstelle, womit ich arbeite. In der Studiophotografie kann ich mit dieser Blende, die wird meistens gemessen, wie ich die einstellen muss, weil die Blitze, die Blitzleistung ist in der Regel fix vorgegeben und die Blende, womit ich arbeite, führt dann zu einer korrekten Belichtung. Deshalb spricht man hier von Arbeitsblende.